Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Man sollte im Kino immer nur ganz leise flüstern Damit man die anderen, die den Film sehen, nicht stört Das war ein toller Film Los, ihr zwei, gehen wir? Ja, komm, Elle Ich glaube, ihr müsst mir helfen Könnt ihr vielleicht mal einen Alligator erziehen? In welchem Rahmen benimmt sich Elle richtig? Im blauen Rahmen? Oder in dem orangefarbenen? Der blaue ist richtig Man lässt Müll nicht achtlos im Kino liegen Sondern wirft ihn in den Mülleimer Toll, von euch hat Elle gelernt, wie man sich im Kino benimmt Mm-hmm Mm-hmm